Hier ist die erste deutsche Rave-Show live aus der Forst Revenue mit ihrem Nachrichtensprecher MadMass. Guten Abend meine Damen und Herren. Amsterdam. David Guetta ist zum neuen Top Number One DJ der Welt gekürt worden. Dimitri Vegas und Like Mike hingegen landeten nur noch auf Platz 2. Ihren Fans gefiel das absolut gar nicht und so kam es auch zu kleinen Ausschreitungen. Ein Vorfall ereignete sich in einer U-Bahn-Station. So drang ein Dimitri Vegas und Like Mike fern durch die Pokémon-Attacke Psychokinese in die Köpfe der David Guetta-Fans ein. Abscheuliche Bilder Entschuldigung der Woche. Lara Croft ist eine Raverin. Wir erhielten Aufnahmen eines Gastes einer Rave-Party, die dies tatsächlich vermuten lassen. Wir schauen hier mal rein. Wir bleiben drauf. Drauf bleiben. Moment. Gleich. Und Stopp. Stopp. Hier. Das könnte tatsächlich Lara Croft beim Raven sein. Wir vergleichen das hier mal mit dem anderen Bild. Tatsächlich die Ähnlichkeit ist absolut da. Wir müssen das auf jeden Fall in der Redaktion nochmal bearbeiten und das Ganze nochmal anschauen. Mögen Sie Sternschnuppen? Natürlich mögen Sie Sternschnuppen. Wer mag Sie denn nicht? Bis zum 30. November haben Sie tatsächlich noch die Möglichkeit, sich ein Sternschnuppenschauer oder Leonidenspektakel, wie es im Fachschonker heißt, im Nachthimmel anzuschauen. Doch nicht nur das sind absolut spektakuläre Nachrichten. Unsere Redaktion konnte neue Sternenbilder im Nachthimmel entdecken. Diese Bilder sind nun für Sie absolut exklusiv hier erhältlich. Sehen Sie hier. Wir konnten tatsächlich ausfindig machen. Den Techno-Viking, das Berghain, David Guetta und Madness. Kommen wir zum Wetter. Durch das Ultram Music Festival, das in Taiwan stattfand, wodurch heftige Bassdruckgebiete ausgelöst wurden, wäre ein Tsunami möglich. Die Wahrscheinlichkeit liegt aber hier bei unter 1%. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Kommen Sie gut in die nächste Woche. Aus dem Studio First Rape News. Euer Madness. Das mit dem Alien, ne? Das war echt. Das dürfen die Aluhut-Träger in Berlin ja nicht mitbekommen. Da ist ja die Katastrophe da richtig los. Check mal ab.